Aber richtig, da ballert ihr auch nicht rein. Ich bin unten, Benji. Wollen wir hinten am Zweier runterrennen und dann raus wieder? Ich bin mal gerecht. Ich weiß es halt nicht. Das ist ja keine Abholquest, oder? Du sollst ja bloß gucken, ob das da ist. Nein, ich muss auch noch raus. Achso, na gut. Aber das ist schon ein Haken an dem Ding, oder? Du musst jetzt nur noch einmal rauskommen. Da gucke ich jetzt mal nach. Ich komme mal hoch, Benji. Hm, tut hier den Skeft, oder? Einen Weg, hm? Nö. Alter, du kommst kaum in den Kurven mit dem Ding, Junge. Ja, ich muss nur noch raus, ja. Genau, also das hat gezählt, ich muss nur noch raus. Mhm. Genau, danke, Bleistbender. Genau, Leute. Benji, kommst du? Ja. Oh, am Krankenhagen? Spieler? Nee. Oh, noch ein Skeft. Ist aber tot, ist tot. Ja, da ist ein paar Sachen. Ja, aber. Aber jetzt ist es dann schon. So. Liegt's? Das ist ja gut. Und es beschießt was? Ja, von vorne, also von gegenüber. Der Sniper? Okay. Hast du Klupper? Nein, du hast ihn. Hier ist noch einer. Das war bestimmt der Sniper dahinten, oder? Der uns beschossen hat. Der andere ist hinter dem Zaun. Geht erst vor kurz nach. Ja. Hier springt was? Oder? Irgendwas habe ich gehört. Irgendwas gerannt. Ja. 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 Ich bin mir nicht sicher, ob der zum Shortcut gelaufen ist. Mh, möglich ist es. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Ah, ich bin tot. Oh, nee. Scheiße. Ich dachte, der ist noch draußen. Ohhhh. Ich drohte. Scheiße, ich bin schnell. Ich spare�� das zu. Marina. Staabo! Welche Lunge zu! Erh. Das macht's, glaube ich. Das macht's von ihnen. Wah, nicht sicher. Mit einem Hech. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Oh, Alter. Aber, ey, die Bodyarmor hat aber echt was ausgehalten, muss man sagen. Er hat jetzt ein paar Mal auf mich geballert, aber ich hätte vielleicht nachklippen sollen. Wenn ich gewusst hätte, dass er so weit da hinten ist, hätte ich noch schnell mal zwei, drei Kugeln reingestopft. Aber war noch ein paar Mal auf mich. Mal ein paar Mal auf mich. Mal ein paar Mal auf mich. Mal ein paar Mal auf mich. Das kann ja ein Bräuchhaus gewesen sein. Gut gelootet. Ah, ich kann es drehen und wenden wie ich will. Alter, sie kommen mir die scheiß ausfliegen. Bracherscafs. Bracherscafs. Das sag ich dir. So, ich will aber auch gar nicht mehr mich hier allzu lange aufhalten. Es wäre nicht schlecht, wenn ich hier nochmal das Magazin klippen könnte. Hier in meiner Ecke. Dann raus. Quest abgeben. Ne, abgeben geht ja nicht. Muss ja noch irgendwo hin. Muss ja noch mal irgendwo hin. Aber das war nicht so doof, wie das jetzt hier auf Interchange. Interchange ist doch dann schon ein bisschen nervig. Gleich mal gucken, wo das andere war. Ach ja, im Ressort. Im komischen Kühlschrank. Zweifel Minuten, okay. Vorne hat noch ein Skeffel quiekt. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Schade. Da, ich bin tot. Ach ja, ich bin tot. Was schießt denn hier noch? Ich sehe mit dem nichts auch nichts. Scheiß die Wand an. Halt die Fresse, verpiss dich, lass mich in Ruhe, ich hab ne Quest. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Komplett im Arsch, Mann. Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Leck mich doch am Arsch. Jetzt kann ich diese ganze Scheiße wieder machen. Ach, Mann. Und noch das Käfspieler. Oh, Mann.